Okay, zurück zu Jesus. Ich finde, das ist eine wahnsinns coole Geschichte. Und sorry, wenn ich so salopp darüber rede, ich habe null Ahnung und es ist nicht mein Interesse, irgendwie zu überprüfen, ist die Geschichte wahr oder nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich komme von dem Punkt, wenn uns eine Geschichte über 2000 Jahre so sehr beschäftigt, dass wir sogar bereit sind, uns dafür die Köpfe einschlagen zu lassen, muss da was drin sein. Es gibt ein paar Sachen, die ich total, total liebe an dieser Geschichte und die ich gar mit dir teilen möchte, weil es etwas mit lebendigen Beziehungen zu tun hat. Das Erste, was ich total liebe an dieser Geschichte ist, dass Jesus ein absolut, absolut stinknormaler Mensch war. Ich liebe diese kleinen Details in dieser Geschichte. Dass er Zimmermann war. Dass er nicht geboren wurde als Satsang-Lehrer oder sonst was, sondern als ganz stinknormaler Zimmermann. Dass er Menschen um sich herum hatte, die ihn nicht verstanden haben. Ich liebe diese irrationalen Ausbrüche in seiner Geschichte, wo so ein Geschmack davon entsteht, hey, der Typ ist auch nicht hundertprozentig klar, sondern manchmal macht er Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Ich liebe diesen Moment, wo ein ganz stinknormaler Mensch aufsteht und sagt, das Königreich ist in mir. Und diese Wahrheit nicht nutzt, um sich zu erheben und zu sagen, ich bin jetzt besonders, ich bin besser als ihr, sondern rausgeht und sagt, und es ist in dir, und es ist in dir, und es ist in dir. Und manchmal, dann kriege ich das so, wie ihn das zur Verzweiflung getrieben haben muss. Rauszugehen mit so einer einfachen Wahrheit und das Menschen anzubieten und immer wieder zu sehen, dass Menschen das nicht hören wollen, weil es zu einfach ist und weil es zu radikal ist, sondern was wir daraus gemacht haben ist, oh, das Königreich ist in ihm. Er ist was Besonderes. Und es ist im Wahnsinn, es gibt auch heute noch viele, viele hundert Millionen Menschen, die darauf warten, dass er zurückkommt und das für uns richtet. Ich habe eine viel frechere und ich finde eine viel coolere Interpretation dieses zweiten Kommens und das ist, ich bin das zweite Kommen und du bist das zweite Kommen. Und wenn es nicht in deinen Beziehungen anfängt, fängt es nie an. Und das jüngste Gericht gibt es nur in einem Wesen und das bist du, weil du gehst jeden Abend ins Bett und du weißt hundertprozentig genau, wo du dich beschissen hast und wo nicht. Egal, was du dir erzählst, wie doof die anderen sind und dass die anderen im Widerstand sind, du weißt am allerbesten, wo du die Liebe verraten hast. Und lebendige Beziehungen bedeutet für mich, zu akzeptieren, dass ich das zweite Kommen bin. Und dass es nicht darum geht, dass meine Beziehung einen Schritt auf mich zu machen, sondern dass ich den nächsten Schritt in meine Beziehung gehe. Dass ich die Hand reiche. Dass ich eine Geste der Versöhnung schenke. Dass ich das nächste Mal, wenn es in mir wehtut, nicht sofort in den Vorwurf gehe, sondern sitzen bleibe und bereit bin, meinen Schmerzkörper eine Minute länger zu spüren. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich bin heute hier wirklich, weil ich, das mag jetzt komisch klingen, weil ich seit 15 Jahren erfahre, wie unglaublich schön dieses menschliche Leben ist, ist, wenn du diese Botschaft total persönlich nimmst. Wenn du aufhörst, nach dem Ausgang zu suchen. Wenn du sagst, es gibt keinen Ausgang. Es gibt doch keinen Zufall. Es gibt keinen Fehler. Sondern die Beziehung, in der du gelandet bist, ist dein Brutkasten. Das ist dein Nährboden. Es ist wundervoll, wenn wir Lehrer haben, die uns inspirieren, die scheinbar weiter sind, etc. Aber dein Lernfeld, dein Brutkasten, dein Schlammkasten, in dem du dich dreckig machen musst, in dem du geboren werden musst, in dem du Erfahrungen sammeln musst, sind deine tagtäglichen Beziehungen. Und ich hasse meine tagtäglichen Beziehungen manchmal, weil sie mir zeigen, wo ich wirklich stehe. Wir haben bei LiveTrust zum Beispiel, wir haben den Anspruch, menschlich zu sein. Wir haben den Anspruch, uns dem zu stellen, was hochkommt. Und es gibt Tage, da kotzt es mich an. Es gibt Tage, da möchte ich einfach nur ganz cool sein und im Licht sein und in der Liebe sein. Und dann gibt es Tage, da haben wir eine Arbeitsmietung und ich merke, nee, jetzt sitzt gerade nicht der große, liebevolle Fighter am Tisch, sondern da sitzt jemand am Tisch, der einfach klein, verkniffen und ängstlich ist. Und die Versuchung in so einem Augenblick ist so groß, es auf den anderen zu projizieren. Auch das liebe ich an der Geschichte von Jesus, ist das so eine tragische Projektionsgeschichte. Der Typ hat uns etwas gespiegelt, was uns so eine Angst gemacht hat in seiner Konsequenz, dass wir ihn ganz schnell auf den Sockel gehoben und ans Kreuz genagelt haben. Das ist eine sichere Nummer, das ist eine verdammt sichere Nummer. So der Typ da oben am Kreuz ist für uns alle viel, viel sicherer, als wenn wir uns vorstellen würden, der würde jetzt gerade hier im Raum sitzen. Und sorry, ich finde es auch eine verdammt sichere Nummer, auf 2012 zu warten. Ich lade dich ein, wenn du so ein 2012 Fan bist, ich will es dir nicht wegnehmen, aber seit es Menschen gibt, haben wir so ein Datum, auf das wir warten. Und manchmal ist es 2000, manchmal ist es 2012, manchmal ist es Jesus Christus, der wiederkommt und manchmal ist es einfach nur, auf den Richtigen zu warten. Manchmal ist es nur darauf zu warten, wenn mein Partner den nächsten Schritt geht, dann bin ich bereit, den nächsten zu gehen. Diese Welt ist spiegelgleich. So der nächste Schritt deines Partners kann nicht kommen, weil du deinen nächsten Schritt nicht gehst. Was liebe ich noch an Jesus? Ich liebe an Jesus, dass der Typ so handfest gewesen ist. Dass der nicht gesagt hat, oh, ich habe es gecheckt, ich setze mich jetzt auf ein Kissen und ich warte, dass die alle zu mir kommen, sondern dass der rausgegangen ist. Und zwar in den Dreck und in die Paläste. Und in einer gewissen Art und Weise bin ich heute hier, um dich einzuladen, in deinem Leben eine echte Revolution anzuzählen. Und zwar in einer Revolution, die meinetwegen in deinem Astralkörper beginnt und auf irgendwelchen 50. Seelenebenen, aber bitteschön auch auf der Ebene. Hier. Bei den Menschen, die du anfassen kannst. bei den jugenden können, die Menschen, die die mit dir sittetend sind, und bei den tiefen